Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geschichten aus der Psychiatrie. Und heute haben wir auch wieder einen speziellen Gast, der mir wärmstens empfohlen wurde. Und ich habe ja dadurch, dass ich auch im Kontakt mit meinem Chefarzt immer mal wieder gesagt bekommen habe, Mensch, wir brauchen doch auch Leute, die auch mal Betroffene sind und nicht nur Profis, habe ich mich total gefreut, denn ich habe den Kontakt zum Jens bekommen. Und jetzt sitzt er mir gegenüber. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Schön, dass du mich eingeladen hast, dass ich jetzt hier bin. Freue mich. Jens, du hast dir ganz standardmäßig nur Kaffee gewünscht, weil wir haben ja am Anfang immer so einen Getränkewunsch. Und dann habe ich ja mit dir gesprochen und dann hast du gesagt, ich trinke eigentlich nur Wasser und Kaffee. Warst du ein bisschen enttäuscht. Also bei der Arbeit Wasser und Kaffee, hin und wieder darf es auch mal ein Bierchen oder ein Cocktail sein oder ein Longdrink oder so. Aber ich wollte jetzt nicht sagen, mach mir mal Wodka Red Bull oder so. Hätte ich dir gemacht. Ja, hättest du. Aber was ich dann erzählt hätte, wäre dann vielleicht. Ich habe keine Kosten und Mühen gescheut und habe den Klinik-Kaffee organisiert hier. Der ist super. Und deswegen, cheers. Cheers. Ohne Werbung zu machen, aber ich glaube, wir haben Duwe Eckbert. Der ist gut. Der ist mild. Der ist angenehm. Ich habe direkt, bevor wir jetzt gleich voll rein starten, habe ich zum Thema Kaffee jetzt nochmal eine Frage an Dich, weil das auch immer ganz spannend ist. Und Du bist ja, ohne jetzt Deiner Geschichte vorzugreifen, Du bist ja auch Klinikserfahren sozusagen. Ja. Und ich habe jetzt dadurch, dass ich ja auch in der einen oder anderen Klinik auch den Einblick habe, habe ich auch schon ganz oft die Diskussion gehört, Patienten bekommen Kaffee mit Koffein oder ohne Koffein. Was hast Du da erlebt oder vielleicht mitbekommen, beziehungsweise was würdest Du bevorzugen? Ich muss zu meiner Schande gestehen, aktuell weiß ich gar nicht, was die Patienten bei uns für einen Kaffee haben. Ich fülle den nur ab. Ich habe nie darauf geachtet, ob der mit oder ohne Koffein ist. Ich habe das als Patient in Kliniken schon unterschiedlich erlebt. Ich war mal auf einer Station, da war der Kaffee rationiert und dann war es aber uns überlassen, uns selbst Kaffee zu kaufen. Wir durften frei dann Kaffee bis zu einer gewissen Uhrzeit. Rührkaffee. Ja, aber auch, nee, wir haben auch dann richtig irgendwie... Wir haben Kaffeemaschinen gehabt. Genau, wir konnten die Kaffeemaschinen dann nutzen und dann haben wir zusammengelegt, dann sind Patienten einfach in den Supermarkt gelaufen und haben dann Kaffee gekauft und die haben dann mit Koffein. Manchmal haben sie auch was Falsches gegriffen, da waren dann alle sauer, das war dann mit Vanillegeschmack oder so oder irgendwas. Ich habe nämlich, wie gesagt, schon mitbekommen, Diskussionen wirklich auf der einen Seite, wo dann gesagt wurde, es ist scheißegal letztendlich, ob da Koffein drin ist und ich habe auf anderen Stationen aber auch mitbekommen, es gibt nur entkoffeinierten Kaffee, damit keinerlei Koffeinkick sozusagen bei Medikamenten oder auch bei der Wahrnehmung und auch vom Gemüt sozusagen, dass man jetzt nicht so manipuliert ist durch Wachhalten. Nee, habe ich ehrlich gesagt so nie. Ich selber bin absoluter Kaffee-Junkie. Das ist auch, glaube ich, mittlerweile sagt man ja, Kaffee ist in Maßen, soll sogar gesund sein, förderlich. So wie ich Kaffee konsumiere, kann ich gesund sein, aber dadurch, dass ich relativ viel oder viel und dauerhaft Kaffee konsumiere, hat das Koffein bei mir kaum noch eine Wirkung. Also ich hätte Kopfschmerzen, wenn ich keinen Kaffee trinken würde, in Zug halt einfach, aber ich kann auch um zehn Kaffee trinken und schlafe dann trotzdem. Also das ist, ja. Ja, Jens, dann würde ich dich bitten, stell dich doch einfach mal vor, wer bist du, was ist deine Profession, was arbeitest du und warum bist du heute hier, warum habe ich dich wahrscheinlich eingeladen? Okay, also mein Name ist Jens Jüttner. Ich arbeite aktuell auch in einer psychiatrischen Klinik in der wunderschönen Nachbarsstadt von Köln in Düsseldorf. Ja, da gehen wir nicht so rein. Okay. Nein, genau. Aktuell, ich arbeite genau in einer psychiatrischen Klinik und in einem sozialpsychiatrischen Zentrum vom Gesundheitsamt als Genesungsbegleiter. Das heißt, ich habe einen Ex-In-Kurs mal gemacht und arbeite jetzt seit zwei Jahren im Gesundheitsamt und in der Klinik. Und ja, für alle, denen Ex-In etwas sagt, das steht ja für Experience Involvement, dann sagt das ja schon meine Qualifikation quasi, dass ich selber einmal eine psychische Krise oder psychische Krankheit erlebt habe, weil das ist ja die Idee von Ex-In. Und bei mir war es halt Psychose, Schizophrenie, paranoide Schizophrenie. Und ich hatte mit der Erkrankung wirklich über zehn Jahre massiv zu kämpfen, habe, glaube ich, alles mitgenommen, was so im Spektrum, nicht alles, aber vieles mitgenommen, was so bei Schizophrenie auftreten kann, über die sehr floralen, ausgeprägten, langen, psychotischen Episoden, über eine lang anhaltende Negativsymptomatik, die wirklich quälend war und ja, auch mit Medikamenten alles erlebt, mit Nebenwirkungen, mit Fixierungen, mit, ja, alles, was so, alles war mitgenommen, was so dazugehört. Ja, ich habe über die Zeit auch ein Buch geschrieben, also ich bin Autor, ich schreibe auch sonst Romane, vor allen Dingen Science-Fiction-Geschichten, aber ich habe auch so eine Art autobiografisches Sachbuch über meine Erfahrungen zur Schizophrenie, Paranoiden Schizophrenie geschrieben und bin eigentlich dann erst über das Buch wieder zurück zur Psychiatrie gekommen. Also das war so mein Einstieg, über das Buch hatte ich dann wieder Kontakt mit Leuten aus der Psychiatrie-Szene quasi und dann habe ich irgendwie Blut geleckt und dachte mir, das, was ich jetzt abstrakt in das Buch geschrieben habe, das würde ich dann gerne auch in der Praxis mit Patienten irgendwie umsetzen oder auch in der Praxis mit Patienten arbeiten. Und dann war halt für mich die schnellste Möglichkeit, so einen Ex-In-Kurs zu machen, der ja nur ein Jahr dauert. Okay, dass wir sozusagen uns da mal entlanghangeln, würde ich es gerne chronologisch machen. Du hast ja ganz viele Sachen gemacht und du bist ja sozusagen auch in verschiedensten Punkten auch sehr erfahren. Lass uns doch mal chronologisch vorgehen. Das heißt, als du noch der kleine Jens warst und gesund warst, da hast du ja ein Studium gemacht, sagen wir mal, wenn wir mal die Kindheit überspringen, du hast ein Studium gemacht, ein Jurastudium gemacht. Genau, hier in Köln, ja. Und ich würde gerne mal wissen, da warst du aber noch gar nicht krank während des Studiums. Es ging quasi am Ende vom Studium, begann so eine Prodomalphase, würde ich mal sagen. Magst du kurz das Wort noch erklären? Genau, das ist so eine, bei der Schizophrenie, vor dem Auftreten, so einer ersten psychotischen Episode, meistens eine längere Vorlaufphase, Prodomalphase, wo sich die Krankheit so langsam aufbaut, schon mal ankündigt, aber noch nicht so voll, sage ich mal, voll ausgeprägt ist. Und gegen Ende von meinem Studium, da war ich schon scheinfrei und habe für Staatsexamen gelernt, da fing das dann hier in der Unibibliothek, also im Hauptseminar, juristischen Hauptseminar, und davor dann an, dass ich so erste Beziehungsideen entwickelt habe. Also, dass ich anfing, Blicke, Gesten und so etwas vermehrt auf mich zu beziehen. Ja, das wäre jetzt auch tatsächlich meine nächste Frage gewesen, weil dadurch, dass du ja auch viel Erfahrung mit deiner eigenen Krankheit hast und auch gelernt hast, was das für Symptome sind, dass du meinen Zuhörern vielleicht noch mal ganz kurz umreißt, was sind das für Symptome, wie kann man sich das erklären, beziehungsweise was kann da noch auftreten, was ist speziell bei dir aufgetreten, dass die Leute so ein Gefühl dazu haben, was überhaupt eine Psychose ist. Ja, gerne. Also, eine Psychose ist im Prinzip, also zumindest bei der paranoiden Schizophrenie, die Psychose ist vielleicht eine, zunächst mal eine Fehlwahrnehmung der Welt, könnte man vielleicht sagen, dass man die Welt anders wahrnimmt als andere Menschen. Und da sind sehr oft diese Beziehungsideen, spielen da eine Rolle. Das heißt, dass man Dinge in seiner Umwelt, also vor allen Dingen auch Menschen, wie die Menschen schauen oder was sie sagen, dass man das in eine Beziehung zu sich selbst stellt. Später war das bei mir dann auch so, dass ich Nummernschilder eine Bedeutung beigemessen habe, die zufällig vorbeifuhren. Wenn eine Katze über den Weg lief, dachte ich, das wäre ein Zeichen für mich. Irgendwann hat alles eine Bedeutung für einen selbst, dass sich so Beziehungsideen aufbauen. Das heißt, da kann einer über die Straße gehen und du sagst, das hat keine Ahnung, der geht wegen mir über die Straße. Das macht er nur wegen mir, geht er über die Straße. Genau. Jemand guckt, der hat mich vielleicht gar nicht gesehen, der lacht gerade in dem Moment und ich denke, der lacht über mich. Und das bei allen Leuten, ja. Oder jemand guckt böse, im Vorbeigehen höre ich, wie Leute miteinander reden, schnappt zwei, drei Wortfetzen auf, wie Übergewicht oder so, dann denke ich, die reden über mich, ja. Man bezieht immer mehr auf sich. Und das kann dann irgendwann zu einem richtigen Beziehungswahn werden, wo dann auch die Zeitung, das Fernsehen, überall so ein Subtext da ist quasi. So eine Metaebene, so Anspielungen auf einen selbst. Wenn ich jetzt mal jemanden, der sich das gar nicht so vorstellen kann oder der vielleicht auch überhaupt gar nicht so im Thema ist, der würde jetzt sagen, ja gut, das ist ja einfach Quatsch. Ich meine, da kann ich mich ja von abgrenzen, dass ich dann sage, ja, der lacht ja nicht über mich oder der redet nicht wegen Übergewicht über mich oder in der Zeitung steht ja nichts über mich. Da muss ich mir ja nur meine Gedanken im Kopf machen und dann kann ich mich davon ja abgrenzen und dann merke ich, dass es Quatsch ist. Warum kann man das als Psychosepatient nicht? Oder beziehungsweise was ist die Schwierigkeit daran? Es ist halt zum einen sehr massiv, also es passiert sehr viel und es hat auch was damit zu tun, dass man gegenüber Reizen auch sehr empfindlich ist und dass quasi Filter im Gehirn, die normalerweise Wichtiges von Unwichtigen trennen, dass die auch nicht mehr ganz funktionieren. Das heißt, es prasselt viel mehr an Sinneseindrücken auf einen ein und durch diese Stoffwechselveränderung im Gehirn hat man dann, ist man nicht mehr in der Lage, sich davon abzugrenzen. Das heißt, es fühlt sich tatsächlich so an. Ich nehme das wahr, dass er auf mich reagiert, dass er wegen mir lacht. Das sieht so aus. Meine Wahrnehmung hat sich verändert in dem Moment. Das heißt, wenn dann jemand zu dir kommen würde und dich dann darauf ansprechen und sagen, du hast du gerade das Gefühl gehabt, dass der über dich gelacht hat, jetzt als Beispiel, dann würdest du Stein und Bein behaupten, ja, das ist so. Und das ist ja dann auch, wenn man jetzt sozusagen ein bisschen in die medizinische Richtung geht, dieser unumstößliche Wahn ist ja ein ganz klares Symptom der Psychose. Genau. Und sowas baut sich natürlich auf. Natürlich ist es so, wenn man dieses neue Erleben hat, diese Beziehung, das Gehirn versucht ja irgendwie, das Ganze logisch zu erklären. Es kommen neue Sinneseindrücke, das heißt, die Leute reagieren auf einen, die lachen über einen, die scheinen einen zu kennen. Und dann fängt das Gehirn an, sich Geschichten dazu zu überlegen. Das will das wieder logisch zusammensetzen. Und dann ist die Frage, warum lachen die alle? Und dann kommen so erst mal vielleicht ganz harmlose Gedanken auf. Naja, du bist ja gestern hier irgendwo, ist dir ja irgendwo der Kaffee runtergefallen. Vielleicht haben die das mitgekriegt und lachen deshalb. Und dann lachen aber auch noch in der Straßenbahn nach Hause welche. Vielleicht haben das denen welche erzählt. Oder vielleicht reden noch mehr Leute über mich. Und dann kommen irgendwann, wenn es noch mehr Leute werden, Ideen wie, vielleicht hat sich jemand das Internet gestellt und das haben schon ganz viele gesehen. Und immer mehr solche Situationen. Und dann baut sich das immer mehr auf und es wird immer größer. Und daraus entwickelt sich dann irgendwann der Wahn, der bei mir dann so weit war, dass ich überzeugt war, dass in meiner Wohnung Kameras und Mikrofone installiert sind. Weil sonst könnten die Leute ja gar nicht so viel über mich wissen. Und dieses Beziehungserleben ist ja eines der Symptome. Genau. Ich weiß jetzt nicht, ob du das hattest, aber ich würde es nochmal ansprechen. Ganz oft wird ja auch im Rahmen der paranoiden Schizophrenie auch von diesen wahren Wahrnehmungen gesprochen. Halluzinationen. Genau. Hattest du das auch? Ich hatte zum Schluss, ja genau. Also ich hatte zum Schluss dann dieses klassische Stimmenhören. Das ist bei mir, ich war sehr lange dann tatsächlich in der ersten Psychose, die auch unerkannt geblieben ist und unbehandelt. Fast ein Jahr. Und ich würde mal sagen, so die letzten drei Monate habe ich dann auch Stimmen gehört. Stimmen hören, bei mir war es so, dass ich wirklich akustisch Stimmen gehört habe. Das war nicht irgendeine innere Stimme oder irgendeine Eingebung, sondern das war wirklich so akustisches Wahrnehmen. Also als wäre das Radio angemacht. Genau, als wäre das Radio an. Und ich hatte, ich war da alleine in meiner Wohnung und am Anfang war es relativ leise und ich hatte immer die Vermutung zuerst, das sind die Nachbarn. Das ist irgendwie hellhörig und das kommt irgendwie von den Nachbarn. Und dann wurde es aber lauter und dann kamen andere Stimmen dazu, teilweise Stimmen von Prominenten, von Leuten, die ich entfernt kannte oder mit denen ich schon ewig nichts mehr zu tun hatte. Also da reichte der Erklärungsversuch dann nicht mehr. Und war das so eine Art Interaktionsgespräch? Also dass die dich was gefragt haben und hast du geantwortet und dann war dir so ein Dialog oder war das eigentlich nur Stimmen, die vielleicht auch, keine Ahnung, die haben über das Wetter geredet? Oder haben die sich auch in den Stimmen auf deine Tätigkeit bezogen? Dass die gesagt haben, hier, jetzt steht er in der Küche und jetzt macht er Kaffee oder? Das war bei mir ein relativ komplexer Wahn. Also ich sage mal, die Stimmen haben sich in meinem Wahngebäude von diesen Kameras und den Mikrofonen in meiner Wohnung irgendwie so eingebaut, dass ich irgendwie dann das Gefühl hatte, das sind die Leute, die am anderen Ende von der Leitung sitzen quasi. In meiner Vorstellung war es so, hier sind Mikrofone und Kameras und irgendwo ist ein Übertragungswagen und da sitzen Leute. Und warum auch immer hatte ich jetzt die besondere Fähigkeit, durch die Rückkopplung der Mikrofone zu hören, was die Leute im Übertragungswagen sagen. Das war meine Vorstellung. Und dann haben die halt, ja, das war ja ganz komplexe. Bisschen wie der Big Brother, oder? Ja, so ungefähr. Alles von mir wurde überwacht. Es wurde natürlich auch überall hin übertragen. Das heißt, alle kannten mich, ja, alle verfolgten das auch. Jeder wusste, was ich zu Hause tat, was ich machte. Dann wird es natürlich unheimlich schwierig und beklemmend, einkaufen zu gehen oder auf die Straße, weil man das Gefühl hat, ja, die wissen ja alles über mich. Genau, die haben jetzt mitgeschriegt, wie ich gerade da bei mir zu Hause, was ich da gemacht habe oder was ich rede. Na gut, es gibt bei jedem Dinge, von denen er nicht möchte, dass es die ganze Stadt weiß. Hast du dir, wenn ich gerade mal fragen darf, hast du dir denn versucht zu erklären oder kam der Gedanke in dir auf zu sagen, warum bin ich so wichtig? Warum wollen die Leute alles von mir wissen? Also warum werde ich gefilmt? Warum werde ich kommentiert? Warum wissen alle Leute was über mich? Ist das so ein Gedanke, der in dir aufkam? Weil man sagt ja, gut, ich bin jetzt kein Celebrity und Paparazzi schwirren nicht um mich rum so. Warum sollte ich jetzt so der Mittelpunkt der Welt sein? Das ist, wo du mich das jetzt so fragst, das ist ein Ansatzpunkt, den ich ganz oft bei Patienten jetzt aktuell auch, wenn die mir sowas erzählen, ich so, aber warum sollten sich so viele Menschen für sie interessieren? Und jetzt überlege ich mal, das ist bei mir jetzt 20 Jahre her, warum war ich denn so wichtig? Hatte das vielleicht was mit deinem Job als Jurist zu tun, dass sie gesagt haben, so war? Stimmt, auch ein Stück weit, natürlich, in dem Wahn steckt da auch mit drin, dass ich in Kanzleien gearbeitet habe und dachte, alle kennen mich, ich wäre der super Anwalt oder so oder auch nicht, je nachdem, wie es gerade gelaufen ist, je nachdem, wie die Leute gerade gucken, ob freundlich oder böse. Und alle Juristen sprechen über mich und jeder Anwalt quasi in Köln und später dann, als ich in Düsseldorf war, auch in Düsseldorf kennt mich und so. Aber warum? Kann ich nicht erklären. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass es diese Ambivalenz hat, wenn man so wichtig ist. Also zum einen ist es natürlich unglaublich pushend, euphorisch, Größenwahn, der dann da ist. Man ist der Mittelpunkt der Welt und alle interessieren sich für einen und ich habe dann auch in die Kameras und in die Mikrofone hinein meine Weisheiten in die Welt hinausgetragen, war auf Sendung und habe... Das heißt, du hast dich auch aktiv vor die Kameras gestellt? Ja, ja, ja. Und zwischendurch dann mal alles kommentiert und im Fernsehen wurde ja auch sowieso über mich berichtet, dann lief eine Bundestagsdebatte, dann habe ich mich da eingeschaltet und erst mal denen meine Meinung gegeigt. Müsst ihr ganz anders machen und so. Und all solche Geschichten. Ja, und im nächsten Moment ist das dann wieder total bedrückend, weil dann wieder diese Paranoia kommt und einem bewusst wird, ey, du hast überhaupt keine Privatsphäre mehr. Und hört auf. Und dann bin ich da zusammengebrochen und habe geweint, lasst mich in Ruhe, was wollt ihr alle von mir? Geht weg, ich will meine Ruhe. Also so ein ständiges Auf und Ab. Das war schon eine intensive Zeit. Ja, ich glaube, das kann man sich halt so gar nicht vorstellen, wenn man das nicht hatte. Ja, ja. Hätte ich auch nicht. Und wenn man dann versucht zu verstehen, wie viel Energie das kostet, damit umzugehen, versteht man auch, dass die Psychose eine ziemlich schwierige Krankheit ist. Also nicht nur, weil es ist ja immer wieder die gleiche Diskussion, die ich halt auch ganz oft hier im Podcast habe, dieses, ich habe mir ja kein Bein gebrochen, da muss ich kein Gips drum machen, sondern es geht ja um irgendwas, was im Kopf kaputt ist. Aber trotzdem blockiert einen das so sehr und bremst einen so aus, dass du irgendwann nicht mehr in der Lage bist, dich adäquat einzukaufen zu gehen, dich adäquat zu waschen oder überhaupt irgendeinen Job zu machen. Weil du bist ja theoretisch, so wie Truman Show, immer auf Sendungen gewesen und hast irgendwas, ich sage jetzt mal ganz lax, was Verrücktes erzählt, sodass dich Zeit gekostet hat. Richtig, genau, ja. Und natürlich kommt dann auch, wird es dann auch wahnsinnig schwierig, überhaupt soziale Interaktion, ja. Auch als der Wahn noch nicht so stark war, als ich noch, als der noch nicht so ausgeprägt war, war es schon schwierig, überhaupt mit mir zusammen, ich sage mal, wenn ich Freunde getroffen habe, ich war ja dann schon ziemlich überfordert, weil ich eben Andeutung oder Anspielung überall gewittert habe. Dieses, der sagt das jetzt nur, um mir eins auszuwischen. Überall habe ich gedacht, der macht eine Bemerkung und will damit mir einen reindrücken. Da ist so eine Anspielung auf mich. Das waren Freunde von mir und die haben völlig neutral über irgendwas gesprochen und dann bin ich zwischendurch dann auch mal so ein bisschen patzig geworden, ohne jetzt genau zu sagen, was ist, aber einfach mal unangemessen, patzig, gereizt reagieren. Was soll das denn jetzt oder so? Ja, mach doch selber. Wo die anderen sich das auch nicht erklären konnten. Geht's noch so? Wie bist du denn in dieser ganz schweren Krankheitsphase damit umgegangen, wenn dann gute Freunde oder so zu dir gesagt haben, du Jens, bei dir stimmt irgendwas nicht. Du redest so eine Scheiße. Das hat keiner gemerkt. Nein, so war es nicht. So war es überhaupt nicht. Okay. Also ich habe das, das hätte, ich habe da ja schon mit meiner Frau zusammen gewohnt und ich habe tatsächlich den Wahn nur ausgelebt, wenn ich alleine war. Also da warst du dann schon so kontrolliert, dass du wirklich das abgrenzt warst. Absolut. Ja, 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 total. Also meine Frau war Flugbegleiterin und war dann auch mal drei, vier Tage am Stück unterwegs und in der Zeit habe ich dann da meine Show abgezogen und habe den Wahn dann auch voll ausgelebt und wenn sie da war, war das in meiner Vorstellung zwar immer noch so, aber ich habe vor ihr das verheimlicht quasi. Es ist schräg. Es ist schräg. Wusste sie es gar nicht? Gar nicht. Also sie hätte auch nichts geahnt. Sie hat schon, wie viele, gemerkt, naja, der Jens ist gereizt, es geht mit der Promotion nicht weiter, der ist so schweigsam, der wirkt oft nervös und angespannt und irgendwann ganz am Ende haben sie mich ja dann auch überredet, zu einem Psychiater zu gehen, ja. Aber alle so im Hinblick Burnout oder so, ja, oder es überarbeitet. Aber dass ich da in einem kompletten Wahn gelebt habe, das hätte keiner von denen vermutet. Bevor wir ein kleines Päuschen machen, weil ich muss noch ein bisschen Kaffee nahrschinken und wir dann auch nochmal dann weiter auch über dein Buch und über deine Geschichte reden und du hast mir auch Geschichten mitgebracht, da freue ich mich schon drauf. Wollte ich fragen, ob du in kurzen Sätzen, weil das auch immer wieder ein Dauerthema der Erklärung ist, was ist eine Psychose, was ist eine Schizophrenie, wo ist der Unterschied und warum glauben immer alle, dass Schizophrenie gespaltene Persönlichkeit ist, dass ich dann irgendwie denke, ich bin auf der einen Seite, was weiß ich, Gott und auf der anderen Seite Cäsar oder irgendwie so. Ja, Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Also im Prinzip ist Psychose ja vor allen Dingen ein Zustand, den ich gerade beschrieben habe und der kann verschiedene Ursachen haben. Also es gibt oft drogeninduzierte Psychosen und Schizophrenie kann man vielleicht so sagen, das ist eine Veranlagung, vermehrt Psychosen zu entwickeln, könnte man vielleicht so formulieren. Also bei der Schizophrenie, die hat eine gewisse genetische Komponente, weiß man heute, einen vererbbaren Anteil, dann muss noch irgendwas anderes dazukommen, da ist man noch nicht sicher. Also es gibt Theorien, die sagen, vielleicht frühkindliche Infektionen, die eine Rolle spielen können im Mutterleib oder so. Dann spielen natürlich wahrscheinlich auch Erfahrungen, die man im Leben gemacht hat, auch eine Rolle. Aber das ist erstmal diese Prädisposition dafür. Und wenn dann ein Trigger auf, also ein Auslöser dazu kommt, dann tritt quasi die Psychose auf, quasi als Zustand, der im Rahmen dieser Schizophrenie dann auftreten kann. Und Trigger ist meistens Stress, emotionaler Stress oder Belastung, schwere Schicksalsschläge, dauerhafte Überforderung im Job, in Familie oder so. Oder natürlich dann auch Drogen. Und bei mir war es dann auch mitunter auch ein bisschen Cannabis. Gar nicht so viel, aber hat auch eine Rolle gespielt, THC. Das ist ja das, was im Moment halt auch in der Cannabis-Diskussion auch ein bisschen nicht in den Fokus gerückt wird. Also ich meine, das ist jetzt, es bedeutet ja nicht, dass jeder, der raucht, sozusagen direkt eine Psychose bekommt. Aber die Chance, es darüber zu kriegen, ist auf jeden Fall vorhanden. Und ist sicher auch eine Gefahr, die man nicht außen vor lassen sollte, die man mitbedenkt, so ähnlich wie beim Alkohol. Ja, es ist keine harmlose Droge. Also das finde ich in der Diskussion auch immer ein bisschen, es wird so getan, als wäre das völlig harmlos und legalisiert das. Nee, es ist eine Droge. Und gerade wenn man in der Psychiatrie arbeitet, weiß man das einfach auch. Denn die bringt Gefahren mit sich. Das heißt nicht, dass ich jetzt sagen würde, man darf sie auf keinen Fall legalisieren. Alkohol ist ja auch legal, haben wir gerade darüber gesprochen. Aber man muss sich schon bewusst sein, dass es einer der Haupttrigger für Psychosen ist. Ja, ich habe zum Thema Cannabis auch gerade genau für diesen Fall auch tatsächlich noch eine Geschichte im Kopf. Die kann ich ja vielleicht gleich nach der Pause erzählen. Wobei ich noch ganz kurz sagen wollte, das heißt natürlich nicht, dass wenn ich nie gekifft hätte, die Krankheit nicht bei mir aufgetreten wäre. Hätte ja sein können, dass dann ja später Stress oder irgendwas anderes mich getriggert hätte. Wenn ich diese Veranlagung mir nur rumschleppe, kann natürlich auch was anderes als Auslöser auftreten. Also das, ne? Gut, dann wir machen Päuschen und dann hören wir uns gleich wieder. Ja, da sind wir wieder. Ja. Mit dem Meck und dem Kaffee. Ja, ich finde den auch nicht schlecht. Ich trinke ihn ja auch nicht so oft, aber... Doch. Wenn ich mal Kaffee trinke, dann geht der schon. Wir waren gerade bei deiner Krankheit. Ich finde es super, dass du so ein bisschen aufklären konntest. Aber was mich ganz besonders auch interessiert, wie war der Weg in die Klinik dann? Und wie ging es dir dann da? Ich hatte ja eben schon mal angedeutet, ich habe die Krankheit mit mir alleine ausgemacht. Ich habe sie auch nicht ausgelebt. Und es hätte nie jemand vermutet, was da an Wahn hinter steckt, was in mir vorgeht. Aber meinem Umfeld ist schon aufgefallen, wie ich beschrieben habe, dass es mir nicht gut ging. Dass ich oft schweigsam in der Ecke saß. Dass ich nervös war. Manchmal gereizt reagierte. Es ging mit meiner Promotion über Monate nicht weiter. Da kam nichts mehr. Dass die Leute fragen, was macht der Jens eigentlich die ganze Zeit? Er will doch eigentlich schreiben und da kommt nichts mehr. Und dann haben mich tatsächlich meine Eltern und meine Ex-Frau darauf angesprochen. Häufiger dann, dir geht es doch nicht gut und willst du nicht mal zum Arzt gehen? Oder lass dir doch mal helfen. Was ist denn los? Und dann bin ich irgendwann dann mit meinem, ich glaube mein Vater war dabei und meine Ex-Frau, zu einer niedergelassenen Psychiaterin. Die ist dann tatsächlich mitgegangen. Bin dann da rein in die Sprechstunde. Die Frau, guten Tag Herr Jüttner, wie kann ich Ihnen helfen? Und ich weiß nicht wieso, aber da in dem Moment habe ich dann zu ihr gesagt, das wissen Sie doch ganz genau. Und dann guckte sie so, naja, Sie verfolgen das doch auch alles. Sie haben doch auch Ihren Spaß. Sie wissen doch, wer ich bin. Und Sie lachen mich doch auch aus, wenn ich da irgendwie rumhampel. Und im Nebenzimmer steht doch auch einer, der hier gerade irgendwie mithört. Und da wusste die Frau halt, dass mein Problem nicht der Burnout ist, relativ schnell. Und wollte mich dann natürlich auch gerne in einer Klinik wissen. Da wollte ich aber... Ich wollte kurz wissen, nur zur Einschätzung, von dem Punkt an, wo du sagst, du hättest die ersten Symptome gehabt, bis zu diesem Punkt, wo du bei der Psychiaterin warst, wie viel Zeit ist da vergangen? Vier, fünf Jahre. Boah, alter Vater. Das ist ja echt lange. Also bei der Psychiaterin war ich 2007. Also ich habe komplett quasi die ersten Symptome aufgetreten, wovon ich erzählt hatte, diese leichten Beziehungsideen da in dieser Unibibliothek, hier im Hauptseminar und in der Cafeteria und auf der Univiese und so. Also das war vor meinem ersten Staatsexamen. Das heißt, ich habe dann irgendwann noch das Staatsexamen geschrieben, habe dann zwischendurch gejobbt, habe mein komplettes Referendariat von zwei Jahren gemacht. Da wurde es dann immer heftiger, habe aber auch noch das zweite Staatsexamen dann geschrieben. Da war ich aber auch schon jenseits von Gut und Böse. Also keine Ahnung, wie ich das gemacht habe, aber irgendwie noch. Und dann Promotion angefangen, auch bestimmt noch mal vier Monate und dann noch mal ein Jahr nur noch waren und an meinem Roman geschrieben. Also ich habe ja dann angefangen, das irgendwie in meinem Roman dann zu verarbeiten. Ich habe dann die Promotion komplett liegen lassen und dachte, ich muss jetzt alles in dieses Buch packen, was hier passiert und so. Ich finde diese Zeitspanne, finde ich so spannend, weil, also wenn ich mir vorstellen würde, ich hätte sowas und ich hätte so eine ähnliche Geschichte wie du, ich würde diesen vier, fünf Jahren total nachtrauern. Sodass du sagst, ich hätte mich schon viel früher in Hilfe begeben sollen, weil du ja sicher, also weiß ich nicht, musst du sagen, aber du hast, dass du wie so Zeit verloren hast, in denen du krank warst. Oder sagst du, nee, das waren eigentlich produktive Jahre, die waren zwar ein bisschen crazy, aber eigentlich traue ich derzeit gar nicht so nach. Weil man denkt ja immer, ja, wenn er früh in die Klinik gegangen wäre oder früh Medikament genommen, was will ich meinen? Also, was wirklich, wo ich wirklich mit zu kämpfen hatte, war eigentlich erst mit dem, was nach der Klinik kam. Das war der eigentlich schwere Teil der Schizophrenie. Und das, was dann kam, und das waren Jahre, da sage ich heute, das waren fünf, sechs Jahre mit heftigster Negativsymptomatik, wo ich sagen würde, das hätte nicht sein müssen. Also durch die Scheiße hätte ich nicht so lange warten müssen. Da hätte man früher ein paar Weichen anders stellen können, dass es mir schneller besser geht. Und hätte man die Weichen dann schon in diesen ersten vier, fünf Jahren stellen können oder direkt in der Zeit, wo du dann in die Klinik gekommen bist? Da ist ja das Problem, wenn man selber überzeugt ist und dem Wahn drin ist, ja, da, da, es wusste ja auch keiner, kein anderer. Es war ja nicht bekannt, ich war nicht in Behandlung, wieso auch? Ich war ja aus meiner eigenen Sicht gesund, nur die Welt war anders oder verrückt. Also im Nachhinein trauere ich sowieso gar nichts hinterher. Also das, mittlerweile bin ich fein mit mir. Also es gehört zu mir, es ist Teil meiner Geschichte und es macht mich aus. Ich bin der, der ich heute bin, weil ich diese Geschichte habe. Und ich mag den Menschen, der ich heute bin. Und dann muss ich nicht fragen, was wäre, wenn das nicht gewesen wäre. Ja, dann wäre ich einen anderen Weg gegangen. Dann wäre ich heute vielleicht Mitte 40 und Rechtsanwalt irgendwo tätig, würde 50 Stunden die Woche in irgendeiner Kanzlei sitzen und Akten bearbeiten. Wäre ich dann glücklicher? Wäre das ein besseres Leben? Weiß ich nicht. Also ist müßig. Also jetzt, wo es mir schon seit einigen Jahren wieder gut geht und vor allen Dingen, wo ich auch Freude an dem habe, was ich mache und finde, ich habe ein gutes Leben, ich habe eine hohe Lebensqualität. Ich habe gute Kontakte, gute Freunde, gutes Umfeld, einen schönen Job. Also da trauere ich gar nichts hinterher. Aber es kamen natürlich auch andere Phasen, klar. Wenn wir dann mal weiter in der Chronologie reinspringen, als du dann sozusagen stationär warst. Wie lange warst du stationär? Ein halbes Jahr. Und wie sind deine Gefühle zu dieser Zeit? Also wie du so retrospektiv sozusagen darüber nachdenkst? Also ich kann sagen, dass bei mir die Antipsychotika oder Neuroleptika, wie man damals noch sagte, wirklich sehr gut und sehr schnell angeschlagen haben. Das ist, die Medikamente, sorry, wenn ich die unterbreche, die Medikamente sind ein Thema, die ich eh noch angesprochen hätte, aber die ich auch aktiv gerne deswegen kurz halte, weil wir zum einen natürlich den Leuten nicht irgendwelche Tipps geben, ich habe das genommen. Nee, nee, ich würde nie ein Präparat nehmen. Aber trotzdem, und deswegen, wenn du sie ansprichst, meine ganz klare Frage, denkst du, dass die Medikamente gut, schlecht sind? Und wie stehst du dazu und wie stehst du retrospektiv dazu? Einfach auch um Leuten, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind mit der Psychose, einfach sozusagen von jemandem, der selbst betroffen ist, da eine Meinung zu hören. Einfach, was sagst du zu Antipsychotika, Medikamente, die gegen die Psychose und deren Symptome helfen sollen? Also, Fluch und Segen zugleich. Okay. Absolut. Also, ich kann aus eigener Erfahrung, bei mir haben sie die Psychose, wirklich eine heftige Psychose, mit komplexem Wahn, mit akustischen Halluzinationen, haben sie wirklich innerhalb von einer Woche, zehn Tagen komplett beendet. Ja, da war ich raus. Und das war wirklich so, dass es mir nicht im Moment, aber es waren dann so ein paar Momente hintereinander, dass es mir wirklich wie Schuppen von den Augen fiel. Das hast du dir alles nur eingebildet. Das, was die letzten, mindestens die letzten anderthalb Jahre komplett dein Leben bestimmt hat, das gab es so gar nicht. Und das ist natürlich so ein Moment, da bricht einem so ein bisschen der Boden unter den Füßen weg. Das ist so ein Moment, wo man so denkt, zum einen natürlich große Erleichterung, weil, ey, was habe ich in den anderthalb Jahren da alles erzählt? Wem habe ich vielleicht alles vor die Füße getreten? Oder wen habe ich an prominenten Menschen beleidigt? Oder was weiß ich was? Okay, Schwamm drüber, hat eigentlich gar keiner mitgekriegt. Ich muss mich für nichts schämen und werde für nichts zur Rechenschaft gezogen, weil es ist gar nichts passiert. Ja, genau, es ist gar nichts passiert. Hat keiner gesehen, wie ich da irgendwie, ne, irgendwelche intimen Dinge, genau, was auch immer ich gemacht habe. Huh, das ist schon mal gut. Und dann im nächsten Moment, ja, aber wieso, wie konnte das passieren? Und dann kam bei mir ganz schnell der Gedanke, weil ich noch so in diesem Leistungsdenken so drin war und Karrierefahrt und so, ey, du hast vor anderthalb Jahren dein zweites Staatsexamen gemacht und seitdem quasi nichts. Also ich so, was ist das für eine Lücke im Lebenslauf? Ja, das war dann irgendwie eine meiner größten Sorgen. Oh Gott, wie erkläre ich das und ich muss mich jetzt möglichst schnell bewerben und möglichst schnell wieder zurück in die Spur, in das vorprogrammierte, bürgerliche oder was weiß ich, Leben, ja, so als Rechtsanwalt in Spur bleiben, so wie, wie es eigentlich für alle selbstverständlich war, wie das Leben zu laufen hat, ja. Und warum sagst du Fluch? Wo ist der Fluch der Medikamente? Ich habe auch viel Scheiße mit Medikamenten erlebt. Also ich habe dann tatsächlich, ja, die Psychose war zu Ende. Ich war ein halbes Jahr in der Klinik, stationär, war sehr depressiv, viele Ängste, viele Gedankenkreise auch, alles musste verarbeitet werden, was ich auch erzählt hatte. Wie geht es weiter? Was mache ich? Was kann ich überhaupt noch für einen Job? Kriege ich überhaupt einen Job? Und dann habe ich mich ganz schnell beworben, aus der Klinik raus. Ich war stationär, Bewerbungen geschrieben, bin auch von der Klinik aus zu Bewerbungsgesprächen gefahren, habe mir dann... Im Rahmen von deinem Studium, also Jura... Ja, als Jurist. Ja, ja, genau. Ich war dann eigentlich noch auf Station, habe mir dann Tagesausgang genommen, bin nach Hause, bin angezogen, bin zu Bewerbungsgesprächen und bin dann wieder zurück auf Station irgendwie. Und habe dann auch nahtlos angefangen, dann in einer großen Kanzlei zu arbeiten. Wahnsinn, viel zu früh, völlig bescheuert, dass ich das gemacht habe. Im Nachhinein eine der schlechtesten Entscheidungen, die ich überhaupt hätte treffen können. Aber da hat sich dann immer weiter, immer mehr die Negativsymptomatik verfestigt. Zu Negativsymptomatik kommen wir gleich, und da habe ich dann die ganze Zeit, um den Bogen wieder zu den Medikamenten zu kriegen. Ich habe dann die ganze Zeit die Medikamente genommen, aber es wurde nicht besser. So, da hat man gesagt, wir nehmen mal das Neuroleptikum, das soll vielleicht auch gegen Negativsymptomatik helfen. Man hat auch mal Antidepressiva versucht. Es wurde nicht besser, es wurde immer eher schlimmer, meine Depressionen. Und gleichzeitig hat man dann immer das Neuroleptikum einfach hochdosiert. Ich war auch damals, muss ich sagen, dann sehr, sehr lange einfach in der Institutsambulanz. Das heißt, ich habe mir nicht irgendwie einen festen Psychiater draußen gesucht. Eine Klinik angebunden. Sehr lange. Und da waren halt häufig dann auch wechselnde Ärzte, da war es häufig dann auch sehr kurz. Und ich habe auch von mir aus nicht immer unbedingt gesagt, wie schlecht es mir wirklich ging. Und dann ist das so über Jahre gelaufen. Und dann traten halt die Nebenwirkungen auf. Als ich dann irgendwann bei der Maximaldosis vom Neuroleptikum war, ich habe massiv zugenommen, 60 Kilo zugenommen. Ich war bei 160 Kilo. Ich war inkontinent. Ich konnte den Stuhl nicht mehr halten. Ich habe die dicksten Einlagen getragen, die es überhaupt gibt, und habe mir trotzdem noch in die Hose gemacht. Die Depression war trotzdem da, die jetzt vielleicht auch durch Medikamente verstärkt. Weiß ich nicht, wie viel davon die Medikamente machen, wie viel davon einfach die Erkrankung, das weiß ich nicht. Aber das waren schon erhebliche Beeinträchtigungen. Was würdest du denn jemandem raten, der an der Stelle steht, an der du gestanden hast, bevor du Medikamente genommen hast? Würdest du sagen, probier das aus, mach das? Oder bist du eher so aus dem Lager, kriegst du auch anders hin? Nein, ich würde nie sagen, also Fluch und Segen. Segen insofern, es gibt, glaube ich, sonst keine andere Möglichkeit, um wirklich jemanden aus einer Psychose rauszuholen. Ansonsten kann man nur daneben stehen und abwarten und hoffen, dass es irgendwie abklingt. Aber ich finde es sinnvoll, würde ich auch heute bei meiner Arbeit, empfinde ich es in der Klinik als sinnvoll, um eine akute Psychose, um da einzugreifen. In der Akutsituation ist ein Neuroleptikum die richtige Wahl. Man muss es nicht so übertreiben, wie es vielleicht noch vor fünf oder zehn Jahren war, wo dann wirklich die Leute weggeschossen wurden mit der Dosis. Also ich bin auch immer jemand, der sagt, probieren wir mal eine niedrigere Dosis, nicht mehr als nötig unbedingt. Und dann auch natürlich möglichst auch immer überprüfen. Und immer wieder gucken, können wir nicht vielleicht mal reduzieren. Also dann auch schnell gucken, wann können wir vielleicht mal anfangen zu reduzieren. In Absprache mit dem Patienten. Wenn der Patient mündig ist, und das ist sowieso das Wichtigste, finde ich überhaupt, dass der Patient Herr seiner eigenen Behandlung ist. Dass der irgendwann es schnallt, wie es läuft und mitarbeitet und Feedback gibt und irgendwann selber steuern kann und sagt, ja, ich glaube, ich brauche mehr, ich muss mehr nehmen, weil ich gerade irgendwie leichte Symptome habe oder hier und da Stress habe oder so. Und auf der anderen Seite dann auch sagt, wir können vielleicht mal ein bisschen weniger. Aber dann auch nicht über Jahre einfach dann so eine Akutdosis, die wirklich hoch ist, einfach fortschreiben. Bloß, weil keiner auf die Idee kommt, mal zu gucken, vielleicht geht es auch mit weniger. Ja, die Medikamente, ich hatte da auch schon mit einem anderen Chef, hat es hier in einem Podcast drüber gesprochen, die Medikamente in der Psychiatrie sind halt immer, also ganz kurz zusammengefasst, die Medikamente sind schon viel besser wie vor einigen Jahren. Und dennoch ist aber die Geschichte der Medikamente in der Psychiatrie einfach letztendlich gestartet mit 1957. Also das ist einfach eine Historie, die nicht so lang ist wie bei Antibiotika oder bei Schmerzmitteln und so weiter und so fort. Das heißt, dadurch, dass es ja immer weiterentwickelt wird und es ja auch tatsächlich ein sehr komplexes Thema ist, sind die Medikamente vielleicht noch nicht so gut, wie sie vielleicht in 200 Jahren sind. Ja. Aber, und deswegen gibt es auch hin und wieder da Nebenwirken, aber so wie du auch sagst, und das ist auch meine Erfahrung aus meiner Praxis bei mir auf der Arbeit sozusagen, man kommt viel, viel schneller durch diese Täler, sei es bei Depressionen, aber auch bei Psychosen, wenn man die Medikamente nimmt und sie halt dann dementsprechend dosiert und halt auch so dosiert, dass sie eben helfen, aber jemanden nicht total abschießen sozusagen und müde machen und diese Medikamente, gerade in den Kliniken, wo ich gearbeitet habe, ist es auch so, dass man schon auch versucht, diese neueren Medikamente einzusetzen, die halt eben nicht mehr so müde machen und nicht mehr so platt machen und die einen so einbetonieren im Kopf sozusagen, sondern dass man dann halt auch die neueren Medikamente versucht und das ist, glaube ich, auch so der richtige Weg. Und ich sage mal, gerade bei Neuroleptikern gibt es ja mittlerweile eine Vielzahl von Medikamenten, die alle ein leicht anderes Wirkprofil haben, wo man jetzt gar nicht sagen kann, das ist besser oder das ist schlechter, sondern wo man dann durchaus auch, finde ich mal, Zeit darauf verwenden sollte, welches passt denn jetzt gerade für diesen speziellen Patienten, ja. Weil jeder reagiert anders und man kann vorher nicht sagen, das ist bei allen gut und das ist dann vielleicht nicht so gut, sondern bei dem einen ist, sage ich mal, der Nutzen durch die Wirkung und Nebenwirkungen, da ausprobieren, ein bisschen ausprobieren und das passende Medikament in der passenden Dosierung, weil wenn man darauf ein bisschen Zeit verwendet, dann ist auch eher die Akzeptanz da beim Patienten, das dann auch langfristig zu nehmen, ja. Also um die Banalität sozusagen nochmal herauszuarbeiten von diesem Thema, was du gerade ansprichst und das finde ich total wichtig, ist, dass die Leute verstehen, dass es einfach ähnlich ist, zum Beispiel wie bei Schmerzmedikamenten, weißt du, bei dir hilft irgendwie Aspirin, bei dir hilft Ibuprofen, bei meinem Nachbar hilft Paracetamol und der nächste nimmt Novakin, was ja alle Schmerzmittel sind. Aber der eine hat es ein bisschen am Magen, deshalb nehme ich kein Aspirin, der nächste sagt, oh, mit meiner Leber vielleicht doch kein. Genau, und das ist super individuell, das sind Erfahrungswerte, die wir über die Jahre gesammelt haben, weil wenn wir dann irgendwann in der Jugendzeit mal gesoffen haben und gemerkt haben, okay, Ibuprofen hilft mir beim Kater besser wie Aspirin oder wie. Und da hat man die Erfahrungswerte. Aber wenn man das erste Mal eine Psychose hat und das erste Medikament, das hat man die ja noch nicht, weil es steht an, wenn man sich auf der Stirn tätowiert, welches Antipsychotikum man sozusagen nehmen soll, gegen seine eigene persönliche Psychose. Und man ist ja wirklich auch ganz neu dann, ja, man muss erst mal realisieren, ich war da im Wahn, man muss erst mal realisieren, ich bin krank, dann ist man sowieso durcheinander, depressiv, voller Ängste, kaputt, man weiß ja gar nicht mehr, was ist denn ein normaler Zustand. Da hat man ja irgendwann das Gefühl für verloren. Und wenn man das dann über Jahre mit sich mitschleppt, weiß man gar nicht mehr, muss das jetzt so sein? Oder könnte es auch besser sein? Oder wie sollte es denn eigentlich sein? Also das ist dann auch ganz, ganz seltsam. Ich habe eine ganz persönliche Sache noch, weil du hattest vorhin angefangen, auch als du dann zum Thema Negativsymptomatik kamst, hast du gesagt, du hast dich viel zu früh beworben. Ja. Ich habe ganz aktuell bei mir ganz persönlich einen Fall in meinem Freundeskreis sozusagen, wo auch jemand in die Psychiatrie gekommen ist, der sich so ein bisschen überpastet im Leben und der auch ziemlich viele Belastungsfaktoren hatte. Ja. Oder hat. Und der lechzt förmlich danach, wenn ich das mal so umgangssprachlich sage, danach, dass er möglichst schnell entlassen wird, damit er sich allwieder seinen Problemen stellen kann. Und dann habe ich ihm gesagt, klar muss man die alle auch angehen und klar musst du da auch im Reinen werden mit, aber überpace dich nicht. Geh nicht raus direkt aus der Klinik und gib 150 Prozent, weil du die letzten Klinikstage auch noch aufholen willst, weil dann kommt dir der Rebound sozusagen und du gehst direkt wieder in die Klinik, weil du dir die Zeit nicht nimmst. und was würdest du so jemandem als Tipp geben? Das ist schwierig. Also das ist ja jetzt, ich mache es mal so. Ich gehe mal von deinem Beispiel weg und gehe mal zu den Leuten, mit denen ich arbeite, weil das sind die, die auch mit Psychose, ich arbeite ja auf einer Psychosestation, das sind die Leute, die mit den Psychosen zu kämpfen haben und da höre ich von den Leuten immer, vor allen Dingen, wenn sie dann vielleicht das zweite Mal in die Klinik kommen und wieder vor die Wand gelaufen sind und es irgendwie auch nicht richtig besser wird oder so, ach, ich möchte so gerne, dass es wieder so wird wie früher, wie vor der Krankheit, ja, dass die Krankheit weg ist und ich wieder so bin wie vorher, als in ihrer Wahrnehmung noch alles in Ordnung war. und dann sage ich den Leuten immer, du kannst nicht zurück, keiner kann zurück, ja, sondern schau nach vorne und entwickle eine Perspektive nach vorne, weil irgendwie war ja das, was da hinten liegt, vielleicht auch was, was dich krank gemacht hat und wenn du immer wieder dahin zurückgehst, wirst du vielleicht auch immer wieder vor die gleiche Wand rennen. Das heißt, guck doch, was hast du an Ressourcen, ja, so ein bisschen so ein Salute Genese-Ansatz, ja, also, was ist an Gesundem bei dir, welche Ressourcen hast du, womit kannst du arbeiten, wie kannst du die stärken und daraus dann eine neue Perspektive entwickeln und ja, du hast jetzt diese Krankheit, die ist gravierend, die würde ich auch noch eine ganze Weile begleiten, mich hat sie zehn Jahre begleitet, ja, bis ich irgendwann geschnallt habe, es macht keinen Sinn, immer wieder zurück ins Büro als Rechtsanwalt zu rennen, ja, dann war ich wieder krankgeschrieben, dann wurde ich wieder, habe ich mich wieder zum nächsten Urlaub gehangelt, dann habe ich wieder fünf Wochen irgendwie mich da durchgeschleppt mit meinen Depressionen, dann war mal wieder ein Krankenhausaufenthalt von vier Wochen nötig, wo ich mich einigermaßen wieder erholt hatte und dann wieder zurück an den Schreibtisch und so, ich hatte da keine Psychosen mehr, die kam später dann als Rebound-Psychose noch einmal, aber ich war konstant immer depressiv, immer, und dann muss man noch irgendwann mal merken und sich sagen, dann ist es das wohl nicht, ja, dann muss ich vielleicht mal was anderes machen, mal was anders machen. Was du ja anders gemacht hast, ist, dass du gemerkt hast, okay, die Arbeit als Jurist ist vielleicht nicht so förderlich für deine Krankheit auch und bringt dich halt auch in solche Situationen und dann hast du dich hingewandt und bist Genesungsbegleiter geworden, ein Ex-In, so wie du vorhin schon gesagt hast. Möchtest du den Leuten kurz erklären, nochmal genau, was deine Arbeit ist in der Klinik und wie du sozusagen in diesem multiprofessionellen Team integriert bist, weil von Ärzten und Pflegern und Therapeuten und warum das gerade für dich persönlich so wichtig war. Ja, sehr gerne, wobei es war nicht so dieser straighte Switch, wie das jetzt gerade so klang, jetzt bin ich nicht mehr Rechtsanwalt, dann fange ich halt morgen als Genesungsbegleiter an. Also da kam erst mal eine Phase der Neuorientierung und da habe ich einiges ausprobiert, da habe ich auch erst mal eine Zeit lang gar nichts gemacht und mich erst mal erholt und auch viel an mir gearbeitet, weil ich dann doch auch dann immer noch Nachwehen von der Erkrankung hatte. Dann hatte ich mal so eine Zwischenstation als im Schwimmbad, wo ich selber Stammgast war, wo ich dann Schwimmkurse gegeben habe für die Kinder, für Erwachsene, ein bisschen Aquafitness-Training, um gleichzeitig auch ein bisschen abzunehmen so. Habe ich jetzt leider durch Corona fast alles wieder drauf, egal. Und irgendwann bin ich dann über das Buch, das ich geschrieben habe, über meine Autorentätigkeit, zur Arbeit mit Ex-In gekommen. Und da habe ich diesen Ex-In-Kurs gemacht und vielleicht erkläre ich mal für die Leute, die von Ex-In noch nie was gehört haben. Gerne. Also es gibt das in Großbritannien eigentlich schon sehr lange. Da heißt das Peer-Counseling. Peer wie Vorbild und Beratung. Und die Idee ist eigentlich, dass die Leute, die selber eine psychische Erkrankung oder psychische Krise erlebt haben, die selber auch mal in der Psychiatrie waren, dass die doch eigentlich unheimlich viel Erfahrungswissen haben, was sie weitergeben könnten an die Leute, die akut von der Krankheit betroffen sind. Ja, dass man quasi ehemals Betroffene mit einbezieht in die Arbeit an den Patienten, die jetzt diese Krankheit haben. Und da gibt es jetzt seit 2014 in Deutschland, ich glaube auf EU-Ebene, Ex-In, Ex-In Deutschland. Das ist ein Kurs, der dauert ein Jahr, das sind zwölf Module, wo Leute in dem Kurs zusammenkommen, die selber Erfahrung mit psychischen Krankheiten haben und quasi dann in Workshops und in Gruppenarbeiten dieses Erfahrungswissen nutzbar machen. Gleichzeitig kriegt man noch ein bisschen allgemein was über Psychologie und Therapieverfahren und so erklärt, aber es geht viel um eigene Erfahrungen, sich deren Bewusstmachen, die strukturieren und das nutzbar machen. Und Wie integrierst du dich in so ein Team? Was ist deine Arbeit? Ich habe ja zunächst im sozialpsychiatrischen Zentrum angefangen und es ist so unterschiedlich, wie die Leute als Genesungsbegleiter da reingehen, weil die haben ja alle ein unterschiedliches Alter, unterschiedliche Abschlüsse, Beruf, von nie eine Ausbildung gemacht bis Hochschulstudium, alles dabei theoretisch. So unterschiedlich ist auch die Art, wie sie nachher arbeiten. Deshalb macht man auch keine Abschlussarbeit, sondern als am Ende vom Ex-In-Kurs steht, dass man ein Portfolio schreibt. Also man man schreibt, wo komme ich her, was bringe ich mit und was möchte ich weitergeben. Und da hat jeder andere, also zum Beispiel, weil ich Schriftsteller bin oder Autor, habe ich dann im SPZ als erstes angefangen, Workshops kreatives Schreiben anzubieten. Das heißt, ich habe mich mit den Klienten im SPZ, mit den Menschen mit der Erkrankung hingesetzt und habe mit denen zusammen Geschichten und Gedichte geschrieben. Einfach wie jede Form von Kreativtherapie, die hatten Spaß daran, wir haben die Geschichten geschrieben, der nächste würde vielleicht dann malen, ein anderer musizieren. Also da ist jeder frei und in der Klinik sieht meine Arbeit eher so aus, dass ich Gespräche führe. Ich biete Gruppen an, eine Art Selbsthilfegruppe oder von mir moderierte Selbsthilfegruppe zur Psychose, wo die Leute dann über ihre Erfahrungen mit der Psychose reden und ich von meinen, man sich austauscht. Ich mache auch Einzelgespräche, ich mische mich auch manchmal einfach so unter die Patienten, spiele mit denen dann mal eine Runde Tischtennis und probiere dann dabei ins Gespräch zu kommen. Oder ich gehe mal spazieren mit den Leuten. In Interaktion, indem man gemeinsam Mensch ärgerlich nicht dann spielt oder weiß ich nicht, kann man dann auch mal ein Gespräch führen dabei. Ich finde es super spannend, das Thema, gerade weil man ja oft, also wir haben auch Genesungsbegleiter, eine Genesungsbegleiterin auf Station und ich finde es spannend, weil man dann nicht so diese Gegenüberstellung hat. Wir sind die Gesunden, ihr seid die Kranken, sondern du schlägst ja sozusagen eine totale Kerbe. Du gehörst irgendwie zum Profi-Establishment der Klinik, bist aber trotzdem ehemaliger Patient und das gibt dir viele Vorschusslorbeeren auch vom Vertrauen, glaube ich. Genau, das ist natürlich, es ist so der Door-Opener. Also wenn ich, mir erzählen Patienten eher Dinge, die ihnen peinlich sind, die sind einem Arzt, Arzt ist immer noch so Hierarchie, ja, der Arzt, der hat einen Kittel an, der steht über mir, das ist eine Respektsperson oder so, ja, und da ist auch manchmal viel Scham dabei oder, oh Gott, kann ich das jetzt sagen, was passiert, wenn ich das sage, was denkt der dann von mir oder so, ja, und wenn der da mit mir sitzt und dann erstmal ganz überrascht, viele sind dann erstmal überrascht, wie der hat das auch erlebt, so, ich bin nicht alleine so ungefähr, ne, und dann kann man einfach mal so von sich anfangen und einfach mal von sich erzählen, als Einstieg, wenn da gar kein Gespräch zustande kommt, also ich weiß noch bei mir, da fing das damals so an und dann beschreibe ich so ein bisschen die Beziehungsideen und so, ne, und gucke dann einfach mal, kommt da was, steigt der da irgendwo drauf ein oder ich frage dann auch mal nach, kennen Sie sowas auch oder haben Sie sowas auch vielleicht mal erlebt und dann kommt man so ins Gespräch, also man ist da, da gibt es kein Gefälle, man ist auf Augenhöhe, ja, und da ist dann auch Vertrauen da, klar. Jens, ich brauche dringend nochmal einen frischen Kaffee und ich will dann auf jeden Fall auch nochmal über dein Buch sprechen und auch über deine anderen Autorenaktivitäten. Gerne, ja. Und habe dann auch selber noch so ein, zwei Fragen an dich, die mir persönlich auf der Seele brennen. Alles klar. Und deswegen machen wir jetzt eine Luftholpause und dann hören wir uns gleich wieder. Alles klar. So, da sind wir wieder, frischer Kaffee ist am Start. Ist noch heiß, ne? Ist noch heiß, die Kanne hält, was ich verspricht. Ich habe gesagt, ich wollte nochmal über dein Buch sprechen und zwar das, also zum einen erstmal danke, dass du es mir geschickt hast. Ja. Zum anderen, ich habe versucht, so ein bisschen quer zu lesen, weil um für die Verständnis den Kontakt, den wir hatten bis zum Aufnahmezeitpunkt des Podcasts, das war relativ knapp, also es war keine zehn Tage und da konnte ich das Buch nicht komplett in Gänze lesen, aber es sind doch einige Punkte drin gewesen, die ich so ein bisschen gelesen hatte, die ich auch ziemlich interessant fand, die würde ich dich jetzt auch gleich mal fragen. Aber ich würde gerne mit dem Namen anfangen und zwar heißt das Buch »Als ich aus der Zeit fiel«. Was willst du dem Lesenden damit sagen? Also tatsächlich, das Manuskript war fertig, ich hatte es an verschiedene Verlage geschickt, irgendwann hat dann meine jetzige Verlegerin, eine ganz tolle Frau, die Silke Boger vom Pinguletter Verlag, hier mal Thumbs up für sie, die hat dann reagiert und dann hatten wir den Vertrag und ich will das mit ihr machen, das ist ein ganz kleiner Verlag, aber ganz lieb, ganz familiär und dann haben wir zusammengesessen und einen Titel gesucht und wir hatten tatsächlich dann verschiedene Titel zur Auswahl und irgendwie hatte ich bei dem dann so die Vorstellung, naja, die Welt läuft weiter, alles läuft weiter, alle leben ihr Leben, machen Karriere, reisen um die Welt, machen dies und das und ich bin irgendwie so aus der Zeit gefallen. Bei mir bleibt es stehen, ich entwickle mich nicht weiter, ich trete auf der Stelle, ich hänge hier in dieser Krankheit, in diesem Loch und es geht nicht weiter, ich bin irgendwie aus der Zeit gefallen oder ich könnte auch sagen aus der Spur oder, oder, ne, aber das war so, die Welt dreht sich weiter, die Zeit geht weiter, alle anderen, für alle anderen geht das Leben voran, aber ich komme nicht voran, ich hänge in dieser Dauerschleife Krankheit, so, das war so dann die Idee dahinter. Was du auch beschrieben hast in dem Buch, was du vorhin schon angesprochen hattest, war, dass du Negativ-Symptomatik hattest, also Negativ-Symptome hattest und möchtest du noch mal auch, weil das ja auch ein großer Faktor für dich, weil der dich ja auch scheinbar belastet hat, möchtest du noch mal sagen, was genau man darunter versteht und auch, was eben das Gegenteil davon wäre, wie würde eine Psychose ohne Negativ-Symptomatik aussehen, also, dass du, dass du da noch mal so, wenn du dann Medikamente genommen hast, hast du ja gesagt, dass du dann in so eine Negativ-Symptomatik reingekommen bist und wie sieht, was könnte auch passieren oder, oder was hast du mitbekommen oder was hörst du von den Patienten als Ex-Innen, was die auch vielleicht mitmachen, wenn die Medikamente nehmen? Also, ich würde nicht sagen, dass die Negativ-Symptomatik nur von der Einnahme der Medikamente kommt. Also, ich glaube, es ist schon auch Teil der Schizophrenie-Erkrankung, dass die halt zwei Seiten hat. Einmal diese Plus- oder Positiv-Symptomatik, wo man drüber ist, wo man mehr erlebt und auf der anderen Seite dann aber auch Zeiten, in denen man viel, viel weniger erlebt, wo man, wo man, wo alles, alles verflacht ist, die Gefühle verflachen, wo man sich leer fühlt, wo man, es ist, es ist ähnlich wie eine Depression. Ja, also, also, eine schwere Depression, es ist wirklich, es ist so eine bleiernde Schwere, ja, eine totale... Sind noch viele, das ist, dass die Leute das verstehen, ich finde das immer total spannend, ist denn in diesen Negativ-Symptomen, wenn du die hast und dich so bleiernd fühlst, dass du depressiv fühlst? Welchen Anteil haben dann die psychotischen Inhalte noch? Sind da noch psychotische Inhalte? Also, hörst du da noch Stimmen oder hast du noch Beziehungserleben oder ist das alles komplett weg? Hatte ich nicht. Nee, das hatte ich in dem Moment wirklich nicht mehr. Ich überlege gerade, ob ich irgendwann mal Phasen hatte, ich hatte vielleicht Phasen von schnellem Wechsel. Ja, dann mal, dass ich dann später völlig erschöpft und antriebslos war und dann relativ kurze Zeit später dann wieder so leicht positive Symptome auftraten, aber nicht beides gleichzeitig, das eigentlich nicht. Nee, habe ich so nicht erlebt. Okay. Ja, aber es ist halt diese, wirklich auch diese Gleichgültigkeit, man kann keine Freude empfinden, das wird einem alles egal, es ist einem alles zu viel, man liegt nur auf dem Sofa, keinerlei Gefühlsregung, man sieht auch keinen Sinn darin, irgendwas zu tun, ja, und es ist einem auch alles zu anstrengend und zu viel, und das habe ich wirklich über Jahre, ja, fünf, sechs Jahre mit mir rumgeschleppt, nicht immer so ganz schwer, aber schon immer vorhanden, ja, und das war wirklich, das war ein harter Weg, das war schwer und das ist im Prinzip viel belastender als die Positivsymptomatik, weil die Psychose, da geht man halt so durch, da wird man mitgerissen, ja, das ist wie ein Actionfilm, da wird es dann auch mal zwischendurch gruselig und dann hat man Angst und so, aber es geht immer weiter, während man in so einer Negativsymptomatik einfach wie in so einem Morass da hängt und das Gefühl hat, es tut sich gar nichts mehr, ja, und das ist so. Ist ähnlich wie bei der Depression. Ist wie, ja, genau, ist ähnlich wie die Depression. Was ich gemerkt, oder was ich gelesen hatte in deinem Buch auch und was mich persönlich auch interessiert, weil ich in einer ähnlichen Situation bin und gerade auch in dem Komplex von vielleicht positiver Symptomatik der Psychose, aber auch der Negativsymptomatik, die du angesprochen hast, du hast ein Kapitel über deine Vaterrolle geschrieben. Ja. Und magst du uns erzählen, wie das für dich war, als Vater, der krank ist und wie ist der Kontakt zum Kind und wie geht das Kind vielleicht damit um oder was ist dir da passiert? Also das finde ich halt ein ganz spannendes Thema, weil man ja so einen Kontakt zu jemandem hat, für den man Verantwortung hat. Ja, also ich rolle das mal chronologisch kurz noch auf. Also irgendwann habe ich halt eingesehen, dass ich als Rechtsanwalt nicht weiterkomme. Ich war aber immer noch depressiv und das hat die Beziehung zu meiner Frau schon sehr belastet. Also da ist erst mal die Paarbeziehung gewesen, die immer mehr gelitten hat. Also wir sind da auch in eine ziemlich schlechte Dynamik reingekommen. Also da hat sich so eine Dynamik entwickelt, dass sie immer wütender wurde. Ja, ja, nun mach doch. Und irgendwann auch nicht mehr das Verständnis aufbringen konnte. Ja, weil man wünscht sich, dass er jetzt mal mitspazieren kommt. Ja, weil das würde ihm ja gut tun. Aber er liegt wieder da und sagt, ich kann nicht. Ja, und irgendwann wird man dann mal böse. Ja, irgendwann fallen dann auch mal böse Worte. Ja, und das drückt einen selber dann auch wieder runter. Und ja, mein Sohn ist 2010 geboren, genau. Meine Frau ist dann relativ schnell wieder arbeiten gegangen, Vollzeit, und war einfach überlastet und ich war überhaupt keine Hilfe. Also sie hatte eine Vollzeitstelle, ich war damals schon in Rente quasi, hab nichts mehr gemacht, aber hab auch im Haushalt nichts gemacht und konnte auch nicht wirklich meinen Sohn betreuen. Dafür kam dann ihre Mutter und hat dann den Sohn getreut quasi. Trotzdem war das auch, war es für meine Ex-Frau nur ein Gehetze. Und ja, es gab schon Momente, da hab ich dann probiert, mit meinem Sohn zu spielen. Ja, da hab ich mir mal so ein Lego-Männchen genommen und das war dann auch schön. Und ich hab auch da, das waren auch Momente, wo ich dann auch mal Freude empfunden habe. Ja, schon. Also ich hab mich schon dann auch über meinen Sohn dann gefreut. Aber ich war nicht in der Lage, wirklich Verantwortung zu übernehmen. Und die Situation, die tatsächlich zur Trennung dann geführt hat, die das fast zum Überlaufen gebracht hat, war, dass ich zu Hause war, meine Ex-Frau bei der Arbeit und mein Sohn in der Kita. Ab zwei ist er in die Kita gegangen. Und meine Ex-Frau mich anrief und sagte, Jens, ich bin noch in der Besprechung, ich kann Jan heute nicht abholen, kannst du da hingehen und Jan abholen. Und die Kita ist fünf Minuten Fußweg, vielleicht vier Minuten von zu Hause. Und ich lag im Bett und hab gesagt, ich kann nicht. Und mein Ex-Frau sagt, das ist nicht dein Ernst, Jens. Mir fliegen ja die Termine um die Ohre, ich komm ja nicht weg. Dein Sohn steht da gleich, ja, in der Kita, alle gehen nach Hause und es kommt keiner. Und du liegst im Bett vier Minuten entfernt und kannst da nicht hingehen und den abholen. Und ich hab nur gesagt, ich kann nicht. Und dann kamen noch ein paar Anrufe, ich bin nicht mehr drangegangen, hab mich unter der Bettdecke versteckt, hab mich unglaublich schlecht gefühlt, unglaublich mies, wie der letzte Versager, hab aber nur, ne, unter die Decke versteckt. Ja, und irgendwann dann, anderthalb Stunden später, kam dann meine Frau nach Hause mit dem Kind, das dann eine halbe Stunde schon gestanden hatte, als letzter abgeholt wurde und verweint war. und sie kam dann an und meinte so, Jens, das geht nicht mehr. Und dann hat sie, nicht sofort, aber da war dann die Entscheidung gefallen, dass sie mich dann zu meinen Eltern fährt, da absetzt und sagt, hier kümmert ihr euch um den, ich hab genug zu tun, der, das ist ja so eine zusätzliche Last, ich kann das nicht mehr stemmen und wenn ich das alles soll, den Job, das Kind und den kranken Ehemann, dann brauch ich bald selber eine Klinik, ja. Und so war dann die Trennung. Dann kam eine Rebomb-Psychose, ich hab dann Medikamente abgesetzt, noch ganz dramatisch, ganz, ganz viel, das ging aber alles relativ schnell. Und danach ging es mir auch dann relativ schnell besser mit einer neuen Medikamenteneinstellung. Und dann war ich auch wieder, weil es mir besser ging, auch wieder präsent für meinen Sohn. Und dann hab ich relativ, also wir sind immer noch getrennt heute, meine Ex-Freundin, aber wir haben ein super freundschaftliches Verhältnis. Also wir sind kein Paar, aber wir sind, sie ist für mich, sag ich heute, Familie trotzdem, ja, ist jetzt acht Jahre her, die Trennung ist wie eine, wie eine zweite Schwester vielleicht, ja, sie gehört zur Familie. Ich bin ganz oft bei ihnen, wir machen das ganz flexibel, wenn sie Termine hat, bin ich bei meinem Sohn, Homeschooling hab komplett ich gemacht und so. Also das läuft heute alles sehr gut und das ging damals auch sehr schnell. Also ich glaube, ein halbes Jahr nach der Klinik war ich dann auch schon wieder sehr präsent, sodass mein Sohn, der dann so dreieinhalb, vier war, gar keine aktiven Erinnerungen als mich als Krankenvater hat. Also psychotisch hat er mich sowieso nie erlebt und die Zeit, wo ich depressiv war, die hat er wahrscheinlich irgendwie mitbekommen, aber da hat er keine aktiven Erinnerungen dran, weil er da drei Jahre alt war. Das heißt, er kennt mich eigentlich nur als mehr oder weniger gesunden Vater. Ja, es ist super spannend, gerade weil auch diese Situation, wo du sagtest, du kannst gar nicht aufstehen, das können sich Leute, die gesund sind und sowas nie hatten, einfach nicht vorstellen, dass man nicht einfach die Zähne zusammenbeißt, weil es ist ja nicht so, dass du irgendwas gebrochen hättest oder irgendwie mit einer Schussverletzung im Bett liegst, sondern einfach nur sagst, ich kann nicht, weil ich kann nicht. Und das ist für viele Leute nicht nachvollziehbar, Und das war dann irgendwann auch nicht mehr für meine Ex-Frau. Obwohl sie es wusste, obwohl sie es schon Jahre mitgemacht hatte, irgendwann konnte sie es auch nicht mehr verpacken. Irgendwann sagte sie, nein. Ich würde auf jeden Fall, wenn der Podcast dann online ist, würde ich in die Shownotes einen Link machen, dass die Leute auf jeden Fall auch deine Autorenarbeit verfolgen können oder vielleicht sich auch das Buch kaufen können. Ja, sehr gerne. Und du hast ja auch sozusagen eine fiktive, Science-Fiction-Geschichte geschrieben, die Geistertanz heißt, habe ich gesehen. Die ist ganz wild in der allerersten Psychose entstanden. Als ich da... Auch die findet man dann auf der Seite. Ja, ja. Da bin ich... Das musst du mir noch schicken, das Buch, glaube ich. Ja, ja, das ist... Ach, habe ich im Auto, aber das Auto ist eine halbe Stunde weg von dir. Kein Problem. Nein, ich habe auf jeden Fall noch eine kurze Sache. Und zwar, du hast mir auch Geschichten aufgeschrieben. Wir sind ziemlich auch in der Zeit fortgeschritten, aber eine Sache von dieser einen Geschichte. Du hast gesagt, du hast in deiner Phase, in der Psychose mal fixiert, auf dem Flur einer geschützten Station gelegen und dann sind die Leute an dir vorbeigeschlufft zum Frühstück. Das ist auch im Buch, die Szene, ja. Also das war... Und zum einen erzähl mir mal ganz kurz, wie das dazu kam und erzähl mir auch mal für dich ganz persönlich, weil das immer wieder auch Thema ist, wenn es um Psychiatrie geht, den Sinn und den Unsinn von Fixierung für dich persönlich und wie du das empfunden hast und ob du das, wie gesagt, als sinnvoll oder nicht sehr verachtest. Ja, also Zwangsmaßnahmen, ein Riesenthema, gerade auch bei Ex-In, weil es da ja auch verschiedene Blöcke gibt. Ja, es ist ja viel. Aber ich erzähle es mal gerade bei mir. Das war quasi eine lange Odyssee. Das war eine sehr heftige zweite Psychose, eine Rebound-Psychose, als die Medikamente abgesetzt hatte. Von jetzt auf gleich ging es dann innerhalb zwei, drei Wochen sehr, sehr rapide in Richtung Psychose bei mir. Und ich will nicht wieder alles erzählen, aber ich bin durch die Gegend geirrt, habe irgendwelche Autos und Katzen hinterher und Kilometer weit gelaufen. Ja, ja. Und war dann auch in verschiedenen Kliniken, erst in der Somatik, weil sie mich irgendwo in einem Vorgarten aufgegriffen hatten. Aber ich war harmlos, ich war nur verwirrt und dann wussten sie nicht. Und dann meinte der Polizist so, haben Sie getrunken? Machen wir einen Alkoholtest? Nein, haben Sie Drogen genommen? Auch nicht. Hatten Sie einen Unfall? So, weiß ich nicht. Okay, dann rufen wir mal ein RTW, dann bringen wir uns ins Krankenhaus, dann machen wir mal ein MRT von ihrem Kopf. So, wusste auch nicht. Und dann hänge ich da, dann bin ich da aber auch abgedreht, bin dann da irgendwann nachts, weil ich die Vision hatte, dass mein Zimmernachbar sich in einen Dämon verwandelt. Da habe ich auch so gesehen, wie die Finger so wuchsen. Naja, bin ich dann aus dem Zimmer abgehauen, weil ich wollte die Nacht da nicht mit dem verbringen. Und dann bin ich irgendwie auf die, gegenüber war dann die Geburtsstadt, oder eins tiefer war ich dann auf der Geburtsstation. Da bin ich dann, weiß nicht noch, habe ich einfach eine Tür aufgemacht. Ich wusste ja nicht, wo ich war. Da lag da eine hochspannere Frau, eine Hebamme und der Arzt. Ich gucke so rein, die gucken mich an. Ich so, wie Tür wieder zugemacht, weitergegangen. Irgendwann kam dann ein Pfleger mir hinterher und hat mal gefragt, was machen Sie hier eigentlich? Und dann habe ich angefangen zu rennen. Ich hatte in dem Moment auch dieses offene Krankenhaus-Nachthemd an. Hinten offen. Und bin dann so über den Flur gejoggt. Film rein. Der Pfleger hinter mir her. Irgendwann kam dann der nächste Pfleger im nächsten Treppenhaus. Und ich habe dann nur noch gebrüllt, der Teufel ist hinter mir her. Der Teufel ist... Ich habe dann die Somatik ganz schön aufgemischt. Naja, und dann haben sie mich dann halt in die Psychiatrie gebracht. Und da... Naja, ich saß dann da. Ich war schon aus einer anderen Psychiatrie wieder abgehauen. Und dann meinten die so, ja, Herr Jüttner. Ich so, ja, ja, das ist hier alles gar keine echte Psychiatrie. Und das sind ja gar keine Ärzte. Das ist alles eine Kulisse. Und sie so, Herr Jüttner, kommen Sie mal runter. Sie bleiben jetzt hier. Ich so, nö, wir können mich ja gar nicht festhalten. Ich gehe wieder, ne? Und dann, doch, das könnten wir. Und dann meinte, glaube ich, ich weiß nicht, irgendjemand meinte dann, wir können eine 48 Stunden Verfügung machen. Ich so, ohne Richter können Sie das gar nicht. Doch, nach 48 Stunden muss der kommen. Aber erst mal sind Sie für mich jetzt, wie Sie hier rumirren, eine hilflose Person. Und Sie bleiben jetzt hier. Und dann wollte ich aufstehen und dachte so, nö, ich gehe. Und dann weiß ich aber nichts mehr. Filmriss. Und dann wache ich auf und bin halt fixiert, an Handgelenken und Füßen gefesselt, auf einer Liege. Irgendwie, ich mir denke so, oh, das tut aber weh, der Arm, komische Position. Werd so langsam wach und realisiere so, dass ich irgendwie wohl auf dem Flur von der Klinik liege und gucke so rüber. Da war dann die große Scheibe vom Dienstzimmer. Und das, eine der ersten Dinge, die ich dann wahrgenommen habe, war eine ältere Patientin, also bestimmt schon über 70, mit grauen, wirren Haaren im Morgenmantel, die so über den Flur geschlürft kam, dabei irgendwie so vor sich hin murmelte und dann vor mir stehen blieb und so auf mich runterguckte, wie ich da lag, in meinem Nachthemd gefesselt. Und ja, ging dann irgendwann weiter und dann kamen so nach und nach, so die Patienten, war wohl gerade Frühstück und jeder ging mal an mir vorbei und guckte, wer liegt denn da so neugierig. Und bis dahin hatte sich noch kein Pfleger, kein Arzt oder so und die hatten auch gar nicht mitgekriegt, dass ich wach geworden war, so ungefähr. Und du lagst ja wahrscheinlich auf dem Flut zur Observanz, ne? Die hatten kein Zimmer frei, konnten niemanden abstellen, haben sich dann da hingelegt. Und irgendwann kam dann mal ein Pfleger, ja, ach, sie sind wach, haben sie Durst? Ich so, ja. Da hat er mir einen Becher hingehalten. Ich so, ja, das tut weh, können sie das nicht irgendwie anders machen? Nein, ich darf die Fessel nicht öffnen, das darf nur der Oberarzt entscheiden. Ich so, ja, kann der das entscheiden? Nee, der kommt erst um 10 Uhr in zwei Stunden, solange bleiben sie jetzt hier liegen. Ja, und dann habe ich halt zwei Stunden noch da in der Position gelegen. Würdest du, wenn du eine kurze Antwort drauf geben würdest, wie stehst du zur Fixierung an sich? Weil das immer wieder Thema ist, ne, Psychiatrie. Also so, so, so dramatisch, wie ich das jetzt erzählt habe, auch mit dem weggespritzt werden, ja, also es ist wohl, das weiß ich nur im Nachhinein, ich wollte aufstehen, wollte gehen, die wollten mich zurückhalten, dann habe ich ein bisschen versucht, mich loszureißen, irgendwann hatten mich dann drei Pfleger gepackt, dann habe ich eine Spritze bekommen und war weg, so, und dann fixiert und so weiter. Zwangsmaßnahmen, ja, also ich habe da, glaube ich, für mich keine großen traumatischen Erinnerungen daran entwickelt. Also, ne, ich, das ist passiert, aber das hat mich nicht groß traumatisiert oder es war keine schlimme Erfahrung für mich. Also so, wie ich jetzt darüber rede, konnte ich eigentlich relativ schnell dann auch da, als eine witzige Anekdote, die mir widerfahren ist. Aber dann höre ich auch so ein bisschen raus, dass du auch prinzipiell nicht abgeneigt bist zu dem Thema, dass wenn, und ich halte es jetzt ganz subjektiv für dich, wenn so eine Situation, wie bei dir passiert ist, du bist irgendwie durch die Gegend geirrt, du warst nicht mehr in deiner Sinne, dass eine kurzfristige Fixierung, wenn es nicht anders geht, auch um die Gefährdung abzuwenden von dir sinnvoll ist. Jein, also ich habe natürlich auch die Leute erlebt, gerade dann im SPZ, die schwer traumatisiert sind von der Klinik, ja, weil die gerade dann auf der geschützten Station Dinge erlebt haben und wenn ich dann da im ambulanten Bereich, die kommen dann trotzdem ins SPZ und so und wenn es dann heißt, na, vielleicht doch mal Klinik oder mit zur Medikamentenumstellung vielleicht mal, doch mal in die Klinik oder so, die sagen, ich werde nie wieder einen Fuß in eine psychiatrische Klinik setzen, das sind Verbrecher, was die mir angetan haben, ja, die haben das halt völlig anders verarbeitet, ja, für die waren das Erlebnisse, die sagen, wenn ich an der Haltestelle von der Klinik aussteige und zum Klinikgelände gehen soll, dann bekomme ich weiche Klinier, dann bekomme ich Angst, ich will da nicht hin, ja, das sind für die Angst besetzte Orte, die Kliniken und also da muss man wirklich, ich, ja, ich kann, ich arbeite, ich muss dazu sagen, ich habe nie auf einer geschützten Station gearbeitet, ich arbeite immer schon auf einer offenen Psychosestation, ja, ich kann natürlich verstehen, dass es irgendwann Momente gibt bei Patienten, wenn die völlig außer sich sind, wo man keine andere Wahl mehr hat, auch um ihn selbst zu schützen, ja, also ich, ich kriege es ja mit bei mir ansatzweise, aber auch, wenn Kollegen erzählen, gestern wieder bei uns auf der geschützten, da hat einer dann mit dem Bett die Sicherheitsscheibe vom Beobachtungszimmer durchstoßen, ja, der hat so viel Kraft entwickelt, dass der da, dass der da durchgeschlagen ist, ja, oder der Nächste hat ein Spülbecken aus der Wand gerissen oder so, ja, also, was soll man machen, also, irgendwann ist, ist, ist ja die Aggression und die Gewalt so groß, dass einem gar nichts anderes mehr übrig bleibt. Naja, und wir haben ja keine, was weiß ich, Taser oder Schuss auf eine Schlagstätte aufstattet. oder eine Gummizelle oder, weiß ich nicht, ne, ähm, ja, ich muss leider zugeben, ich könnte mit dir, glaube ich, noch Stunden quatschen. Ja, mir macht es auch Spaß. Ich habe noch so viel auf dem Zettel, die ich dich wahrscheinlich fragen würde, aber unsere Zeit wird knapp und knapper und, ähm, ich habe eine, ähm, auch persönliche Frage noch an dich, weil ich glaube, dass die, wenn die Leute jetzt bis hierhin zugehört haben, denen auf der Seele brennt, könnte ich mir vorstellen. Ähm, wie sieht es aktuell bei dir aus? Nimmst du Medikamente noch, dass du jetzt so bist, wie du bist? Oder bist du über den Berg hinweg? Oder wie ist die Situation da bei dir? Also, ich nehme tatsächlich erst seit relativ kurzer Zeit gar keine Medikamente mehr. Aber, 2014 war meine letzte Psychose. Ich muss ja das Präparat nicht nehmen, aber die Akutdosis waren 800 Milligramm, um mal ein Beispiel zu geben. Das war 2014. Damit man so Zahlen hat. Genau, damit man so Zahlen hat. 800, 2014. Ich habe dann wirklich bestimmt zwei, drei Jahre, ähm, auch außerhalb der Klinik 600 Milligramm gehabt, war dann lange bei 400, nochmal ein Jahr, dann bei 200, bin dann nochmal wieder kurz zurück zu 400, weil ich gemerkt habe, war zu wenig, war dann lange bei 100, wobei man sagt, eigentlich schon 100 absolute Minimaldosis, eigentlich schon fast für sich keine antipsychotische Wirkung mehr, war dann jetzt, ähm, seit Anfang des Jahres bei 50, was eigentlich schon unter der signifikant wirksamen Dosis ist, aber, ähm, und bin jetzt seit drei Monaten quasi ganz auf null. Aber da sieht man mal, über welchen langen Zeitraum ich das ausgeschlichen habe. Und es war zwischendurch auch immer mal wieder so, dass ich gesagt habe, für mich entschieden habe, ich brauche jetzt mal in der Phase 100 Milligramm mehr. Und ich würde auch jetzt sofort, sobald ich merke, wenn leichte Symptome auftreten würden, würde ich auch wieder eine Tablette nehmen, ja. Also, ähm, da, 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 da habe ich keine Scheu, ja, da so, ne, das, ähm. Das heißt, es würde jetzt, die Krankheit, sollte sie zurückkehren, auch nicht so wie so ein Wassereimer über dich hinzubrechen, über dich einbrechen, sodass du sagst, kriege ich gar nicht geregelt und dann habe ich vergessen, dass ich eigentlich Tabletten nehmen sollte. Nein, also ich habe, ich sage mal, ich habe diesen Vorlauf, ja. Ich habe in dieser, in dieser, in dieser Zwischenzeit, wo es sich ankündigt, wo es sich anbahnt, ja. Da war ich schon hundertmal in meinem Leben, ja. Das sind so diese, diese Momente, ähm, da, da habe ich auch jetzt, wenn so Beziehungsideen aufflackern, wenn man im Café sitzt oder so, das kann man auch alles dadurch hinkriegen, indem man sich aus der Situation entzieht, ähm, dann mal ein bisschen, ähm, tief durchatmet, entspannt, mal ein paar Schritte geht, ähm, gut schläft und so, ne, dann, ähm, aber, aber gut, wenn ich, wenn ich den Stress nicht runterreguliert kriege, dann nehme ich halt mal hundert Milligramm von meinem Neur. Ich habe das Glück, dass das Neuroleptikum, was ich jetzt habe, sofort anschlägt, ja. Also nach, nach einer halben Stunde, ähm, ist, ist, ist dieser, dieser Druck, dieser Stress weg, der sich da aufgebaut hat und wenn ich dann aufwache, weiß ich schon gar nicht mehr, was ich da gedacht habe. So aus dem Nähkästchen geplaudert, das ist genau das, was ich als Pfleger manchmal machen würde, wenn dann jemanden relativ, ähm, gar nicht mal so super akut kommt und dann sagt, ja, ich habe da so wieder so Symptome und so weiter, dass man sagt, nimm doch bitte deine Medikamente, dann geht es auch schnell besser, du musst es nicht voll an die Wand fallen. Und so, aber das ist, äh, genau, da hat jeder seine eigene Geschichte. Genau. Jens, ich danke dir total für dieses super offene Gespräch und die Einblicke in dein Leben. Auch, ähm, die Sache mit dem Buch, finde ich, also wenn Leute da nochmal nachlesen wollen, wie, wie, wie du das alles erlebt hast, wie das dazu kam bei dir und wie sich dein Leben auch, dann später als Genesungsbegleiter und so weiter entwickelt hat, ähm, dann kann ich denen nur das Buch ganz wärmstens ans Herz legen, wie gesagt, die Links dann in die Shownotes. und ich hoffe nur, dass du gut zurückkommst in die Stadt, die man nicht nennt hier in Köln. Die verbotene Stadt. In die verbotene Stadt. Und ich danke dir, dass du da warst. Ja, hat mir ganz viel Spaß gemacht. Ich danke, dass ich hier bei dir Gast sein konnte und, ja, äh, wünsche dir noch ganz viele weitere interessante Gäste hier bei dir im Podcast. ganz lieb und danke für deine Arbeit. Bis zum nächsten Mal.